hallo und willkommen meine freunde heute dreht sich alles um das juwel wie er daunt die geschmückten auf deutsch diese 3.23 eingeführt und ist extrem stark ganze fünf prozent aller spieler auf peri ninja die aufgelistet sind nutzen sie es so will und ich erkläre euch heute wo ihr es bekommt und warum es so stark ist was macht jetzt speziell dieses juwel ich habe hier einmal eins mit 76 prozent das variiert halt von 50 bis 150 prozent bei diesem juwel ist cooptet also kann nicht mehr mit dem divine ohr bearbeitet werden dass ihr andere prozent bekommt die liegen fest dieses juwel verstärkt blaue cooptet juwele die ihr gesockelt habt hier steht 76 prozent increase effekt auf jewel socket passive skills containing cooptet magic jewels das heißt ich habe hier mal ein juwel es ist magic es ist cooptet es hat acht prozent increase damage sieben prozent max life und als implizit der auch durch dieses adorn verstärkt wird fünf prozent increase effekt auf non damaging ailments das bedeutet wenn ihr zum beispiel ein adorn findet was genau 100 prozent hat dann habt ihr anstatt acht increase damage natürlich 16 es wird verdoppelt und anstatt sieben prozent max life 14 prozent mag live und der implizit wird auch noch mal erhöht das werden die zehn prozent increase effect of non damaging ailments also wirklich extrem stark die meisten die adorn benutzen nutzen so 78 blaue cooptet juwele und diese werden alle verstärkt durch wie er dort preislich ist eine mega spannende zwischen juwel es geht halt von 50 bis 150 prozent so 50 bis 80 prozent kriegte für einige chaos orbs weiß nicht 20 bis 50 chaos vielleicht ab 100 prozent wird es richtig teuer wenn ihr ein perfektes hättet 150 prozent kostet das fast ein mirror ich glaube einige wollen ein mirror oder verhaben oder 0,8 mirror in die wein orbs kostet dass wir dort das billigste glaube ich gerade 765 die wein orbs also übelste gewinnspanne von paar chaos bis fast ein mirror orb ist unglaublich kommen wir einmal dazu wie er an dieses juwel herankommt es gibt zwei möglichkeiten zum einen gibt es bosse die die ihr töten könnt die eine chance haben dieses juwel zu drucken das sind diese vier aspekte und wenn man diese vier aspekte in der richtigen reihenfolge zusammenlegt entsteht wie ihr dort ich zeige das gleich auch ich habe zwei sets geholt und werde das vorführen zum einen gibt es den boss athiri queen of the wahl das ist juba athiri davon kriegt ihr das aspekt beauty schönheit das ist wenn ihr jetzt dieses set habt und in der richtigen reihenfolge so wie es jetzt liegt in den kartenapparat also im map device legt dann öffnet sich eine wahlzeit area quasi wo juba athiri ist und wenn ihr diese tötet hat sie eine chance beauty zu droppen ist allerdings auch das billigste von allen aspekten deswegen könnt ihr es auch kaufen wenn jetzt nicht so das cell phone spielt oder so weil dieses aspekt kostet nur 25 30 chaos ist von allen vieren das absolut billigste das nächste was gibt ist sie ambition ambition ist die ambition natürlich und dieses bekommt ihr von wahl omni tech wahl omni tech ist der endboss von einem tempel also wenn ihr ein albert tempel habt habe ich hier nur welche so ein tempel dann der endboss davon hat eine chance dieses teil zu droppen ambition die ambition und dieses kostet momentan 2,8 bis 3 die weinen das ist schon ein bisschen teurer aber das zwei teuerste glaube ich nur das dritte aspekt worum es geht ist corporation operation und dieses bekommt ihr im wahl tempel bei dem wahl tempel boss wenn ihr rote maps oder speziell 16er maps glaube ich co-optet in den wahl ob dann ist die chance dass diese wahl tempel map rauskommt ihr könnt auch bei kirak öfter mal eine mission kriegen wo ein wahl tempel mod drauf ist also wahl tempel map und dort diese drei endbosse das sind diese zwischenboss von juba serie die sind dort die endbosse wenn ihr die legt ab dem die chance kooperation zu bekommen und kooperation kostet momentan 1,6 bis 2 die wein also dass das zwei teuerste so das hier war 25 30 chaos das hier war jetzt das 1,8 1,6 2 die wein und dieses hier ungefähr 3 die weinen 2,8 bis 3 die wein und das absolutste weil es auch am schwierigsten zu bekommen ist ist dieses aspekt curiosity neugier heißt es auf deutsch und dieses bekommt ihr nur bei einem delft boss und nur bei einem speziellen delft boss der heißt a hua totally oder wie man ihn ausspricht der blinde so blind und der hat eine chance diese droppen deswegen ist dieses hier mit abstand das teuerste und kostet momentan das geht es ziemlich runtergang 7,5 bis 8 die weine es war auch schon mal teurer also das ganze set ist schon relativ teuer wenn ihr dann nur so ein gammeliges juwel rauskommt wie ich mit 76 prozent ist natürlich dann für den arsch weil dann habt ihr ordentlich verlust gemacht aber wenn natürlich in ein juwel bekommen mit 130 prozent aufwärts habt ihr wieder gewinn gemacht denke ich so das ist die eine möglichkeit die zweite möglichkeit ist wenn ihr im atlas geskillt habt das weiß halt areas die in der map sind diese roten portal die ihr manchmal seht wenn diese bearbeitet werden ich zeige euch das einmal das ist der skill punkt hier weiß halt er ist in der maps are no longer corrupted das heißt sie sind nicht koopte ihr könnt sie bearbeiten sie sind weiß wenn ihr sie findet sind sie meist beweis und dann könnt ihr mit einem kollegen oder mit jemanden die mir kennt könnt ihr in die web gehen der eine spammt chance orbs und der andere spammt gleichzeitig scouring orbs zeigt euch mal die chance orbs aber chance oder diesen ob auf scouring und dann habt ihr eine chance dass diese waltzeit area unique wird und darunter gibt es auch eine unique waltzeit area wo der endpost also wenn ihr die wahlwessel öffnet dann dieses adorn juwel direkt drauf aber ich habe es probiert es ist ziemlich boring und dauert auch ziemlich lange ich habe ein video von pox gesehen da hat er 8000 orb of chance und 8000 scoings genommen und hatte 4 adorned er hatte zwar glück die meisten waren glaube ich über 100 prozent aber das ist schon geklicken und in der zeit könnt ihr einige maps machen glaube ich was sinnvoller wäre wie gesagt eben es gibt drei verschiedene unique wahl side areas einmal den grand dreams dort können fractured items droppen also items die einen festen mod haben den ihr dann bearbeiten könnt also die können extrem teuer sein ist auf jeden fall sehr geil wird sich so lohnt sich sogar glaube ich mehr als dieses unter zu fahren das zweite was gibt was am häufigsten kommt ist endless nightmare wahlzeit area das ist einfach eine normale wahlzeit area aber ihr habt am ende eine 80 prozentige chance dass sich ein portal öffnet und eine weitere wahlzeit area kommt also ihr könnt ihr öfter mal warlaubs kriegen oder diese sacrifice fragmente ist jetzt nicht der bringer und das was ihr haben wollt für sie ihr dort heißt bain of chaos und dort droppt wenn ihr den boss dahinten getötet hat in der wahlwessel ein bedornen juwel also das waren jetzt die zwei möglichkeiten entweder bosse machen um die aspekte zu bekommen oder halt die wahlzeit areas mit ob auf chance und scouring die ganze zeit wenn man das alleine macht dauert das ziemlich lange weil ihr müsst ob auf chance klicken auf die wahlzeiten klicken auf die wahlzeiten klicken auf die wahlzeiten und das wie gesagt pox hat 8000 mal das gemacht und hat vier dort in die drei dorn sogar noch raus bekommen drei es war nicht vier also alleine ist das ziemlich schrott wenn dann macht zu zweit und hofft dass ihr natürlich diese wahlzeit area bain of chaos bekommt wo er ein adorn bekommt jetzt zeige ich euch mal eben wie man das hinlegen muss glaube es war so so und den in die mitte und zack haben wir ein dort ich habe keine ahnung wie viel prozent das ist ein gutes sein dass ein gutes sein 51 wie gesagt es geht von 50 bis 150 prozent und 51 oh mein gott also das war schon mal übelster verlust naja ein haben wir noch vielleicht haben wir glück und kriegen irgendwas über 100 mal den dahin den dahin und den hier in die mitte und wir haben jetzt 3 da und leider könnt ihr sie auch nicht 3 zu 1 bei händler tauschen weil sie koopte sind 130 prozent hier sehen wir es 130 prozent 25 26 27 jahre schon 133 also 25 26 die weyen das war auf jeden fall ein guter hit das kann man aber seit legen die anderen beiden 76 und 51 würde sich keiner sockeln kannst einfach wegschmeißen wahrscheinlich jetzt wollte ich euch noch einmal zeigen es gibt ein spreadsheet was die effizienz die breakpoints zeigt ich erkläre euch mal kurz es sieht ein bisschen wild aus und sorry für den flashbang sehr hell egal das zeigt auch auf wo die breakpoints sind wir haben ja eben wie wir gesehen hattet ich zeige es euch noch mal ein juwel gehabt zu mir zum beispiel sieben prozent max life 7 prozent max life das sind hier die bots dann geht ihr auf 7 wenn ihr einen 50 prozent addaunt hat das ist die zahl hier oben dann sind die 7 prozent max life 10 prozent max life ab einem 58 addaunt wären es 11 max life das gleiche gilt für den stat 8 prozent damage increase der auf new w war das wäre hier der hat 12 von 50 bis 62 ab ein 63 addaunt wären es 13 prozent der match also hier könnt ihr auf jeden fall gucken wann ist der breakpoint wann lohnt es sich 7 prozent max life es nützt euch nichts wenn ihr euch jetzt 59 ihr habt 59 addaunt und kauft euch für mehr geld ein 71 weil er hatte immer noch 11 prozent max life lohnt sich erst wie man hier sieht der breakpoint ab 72 addaunt hier ist alles grün weil 100 prozent da wird auf jeden fall alles erhöht deswegen ist ja auch alles grüner gezeigt und das geht halt bis zu 150 prozent hier ist zu 150 prozent das ist max dort also dieses spreadsheet diesen breakpoint chart werde ich euch unter dem video verlinken dann könnt ihr sehen okay ich will noch mal ein bild ein bisschen ausbessern der auch dort benutzt und welches juwel bräuchte ich mit wie viel prozent um den und den stat zu erhöhen also das auf jeden fall sehr interessant und werde ich euch natürlich im video verlinken so ich hoffe es hat euch gefallen das video es hat vielleicht ein paar neuigkeiten geben die ihr noch nicht wusste wenn euch das video gefallen hat lasst doch bitte ein like da abonniert meinen kanal und wir sehen uns gerne gerne beim nächsten video wieder es kommen noch einige ciao bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal